Frisch, knackig und gesund. Obst, Gemüse, Kerne und Müsse sehen nicht nur lecker aus, sie schmecken auch gut und lassen sich überraschend vielseitig verarbeiten. Dies beweisen Urs und Rita Hochstraße bereits seit vielen Jahren in ihren Rohkostseminaren in der Schweiz und auch international. Dabei lernen die Teilnehmer aus Gemüse, Früchten und Kernen, wahre Köstlichkeiten zu zaubern. Vom Amüsbusch bis zum Dessert, Spaß an der Zubereitung. Freude am Genuss, genauso wie hochwertige und naturbelassene Zutaten stehen bei den Seminaren im Vordergrund. Urs und Rita Hochstraße verraten den Teilnehmern nebst raffinierten Rezepten auch Tricks und Kniffe für eine perfekte Zubereitung und eine ansprechende Präsentation. Ob veganes Sushi, Pastinaten-Couscous oder Birnen-An-Safran-Creme, bei uns ist jedes Gericht ein Fest für die Sinne. Urs und Rita Hochstraße bieten Ihnen La Haute Cuisine Crue, Rohkost vom Feinsten. Überzeugen Sie sich selbst und entdecken Sie die vielfältige Welt der modernen Rohkost. Untertitelung des ZDF für funk, 2017